Nach einer entspannten Anreise erreichen wir Fusina, unser Camp für die nächsten Tage. Der Platz liegt direkt im Hafengebiet. Wer Lust hat Schiffe zu schauen, ist hier genau richtig. Gegen 10 Uhr erreichen wir die alte Stadt. Mit uns, nur wenige Touristen, lassen wir uns einfach treiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020